also ein ganz kurzer ausschnitt wir setzen jetzt hier gerade mal komplett frisches neues crm auf zur übung bleibt auch ganz cool für dich so ein bisschen zum mitschauen und also letztendlich die grundstruktur von crm also es lohnt sich doch das ein oder andere noch gründlich zu überlegen sich also letztendlich eine komplette struktur zu überlegen die auch schriftlich vielleicht wieder zu fassen je nachdem wie groß die organisation ist in dem fall jetzt keine megagröße organisation was jetzt hier bei drei quasi vom ursprung her mitbringt ist natürlich eine multiple anzahl von möglichkeiten der anpassungen also hat das wahrscheinlich mit patrick cms wahrscheinlich mit eines der tools oder crms wo du am meisten anpassen kannst du so flexibel überhaupt ist wahrscheinlich auch das tool mit dem größten markt place seitdem hintergrund dass es nicht hat sich mehr oder weniger darauf spezialisiert hat crm hersteller zu sein und nicht so sehr alles mögliche noch dazu macht also dafür eben diese ganzen marketplaces addons und so weiter wobei zum beispiel hauptspot ja versucht irgendwie alles selber zu machen und ich da gar nicht mehr rauszulassen aus dem hauptuniversum und das sind alles seine vor- und nachteile ich würde mal sagen auch vom kostenfaktor her hier money für jedes start-up und so weiter oder generell für jede firma die weniger macht wie 10 10 millionen euro um ja reicht vollkommen aus und ich kenne sehr komplexe teilweise software lizenz so hersteller und so weiter die machen mehrfach achtstelligen umsatz und nutzen auch sehr erfolgreich also es ist letztendlich hängt es immer davon ab was man draus macht aber hier ist das ganze am anfang sehr wenig natürlich muss es alles am abend dann einmal richtig aufsetzt und das dauert natürlich wir zum beispiel diese feld namen da umsatz in millionen und so weiter wie ich schon einmal da youtube videos auch letztens wieder erklärt habe gestern du holst letztendlich diese datensätze es gibt zwei drei wirklich gute quellen oder einfach mir eine strategie sehr schön dann kriegst du sogar ein datensatz umsonst und daten und dort sind dann letztendlich solche details dran die umsatz in millionen oder umsatz online umsatz in millionen oder branche ja oder location ja oder den wikipedia link oder den entscheidertelefon oder entscheider job titel nichts davon ist natürlich vordefiniert in den pappler schon vorhanden das heißt es muss du erst alles im zuge dieser wie du hier sehen kannst benutzer definierten felder erst mal anlegen und hier zum beispiel haben wir jetzt dann einfach umsatz in millionen angelegt da kannst du hier sagen okay gibt es hier eine feldgruppe der ich das zuordnen möchte ja in dem fall organisation bezogene infos obligatorisch also ich möchte obligatorisch jeden der für mich arbeiten oder die ide auch der grundsätzlich in diesem cm arbeitet für die gen psoft gmba möchte ich das eingegeben wird wie viel umsatz die firma in millionen macht ja und wenn wir es nicht wissen finden das eben heraus und wenn es nur pi mal daumen ist weil das ist für uns eine absolut wichtige kenngröße also waren wir hier obligatorisch und positionen der anzeige das heißt ich will das nur obligatorisch angezeigt bekommen wenn ich in der maske bilden für organisation wenn ich in der maske bin für kontakte lied moment in dem fall will ich das auch bei kontakte und sie möchte das auch haben warum weil wenn ich jetzt mit einem kontakt oder wenn ich es ganz ganz viele wieder vorlagen habe also ich habe viele firmen viele kontakte und so weiter und ich merke mir ist natürlich nicht alles aus wenn ich dafür habe ich erzähle das heißt ich arbeite jetzt hat irgendwie mit dem hundertsten kontakt innerhalb eines tages und dann möchte ich jetzt nicht unbedingt und ich bin ich habe dem zum beispiel als lied verzeichnet oder als deal oder ich bin schon sehr weit fortgeschritten mit dem kurz vorm abschluss war was auch immer dann möchte ich die informationen wie groß ist die firma falls es nicht auswendig erreich sofort vorliegen haben ja und deswegen kriege ich diese zwei jahren auch an und dann ist es dann ist dieses feld immer liegt mir das vor und muss dann nicht extra noch mal in die maske organisation wieder zurück und nur zu schauen okay die groß war noch mal die firma umsatz haben also umsatz von umsatz her und von der mitarbeiteranzahl diese beiden kenngrößen in kombination und dann auch noch die branche da lässt sich vieles daraus schließen und dann auch noch regional die region vielleicht auch noch dazu ja also wenn ich weiß okay die firma ist aus der branche produzieren das gewährte die mitarbeiteranzahl hat den den umsatz und kommt aus baden-württemberg oder bayern oder hessen dann weiß ich okay da ist definitiv das mit definitiv musik in der regel ja und so gehen wir da eben vor und deswegen jetzt kann man ja alles einstellen also das war soweit zum thema feld für organisation hinzufügen und das wird es jetzt einfach es ist erforderlich ja also wenn jemand damit arbeitet und will hier neuen kontakt anlegen neue firma geht nicht ohne dass er da reinschreibt wie viel umsatz sie macht okay also das januar zur erklärung speichern ja und dann geht sie ebenso weiter als nächstes siehst du hier schon ein paar felder reingemacht so geht sich alles aufgezeichnet zentrale nummer ist ganz wichtig weil häufig funktionieren brauchen wir die zentrale normal eben auch ja also deswegen das ist jetzt nicht vordefiniert da drin gewesen oder was wer zu wem das ist einfach so ein quellen link webseite und expedia und so weiter wikipedia und so weiter branche und so weiter jetzt kommt dann hier noch ein weiteres feld rein das habe ich gerade gesagt umsatz mitarbeiteranzahl also dann kommt hier nochmal weiteres feld hier ist nämlich ganz wichtig dass du das die felder auch so betitelt wie sie dann bei dir zum beispiel im excel-feed dass man drauf lässt desto von der daten quelle halt kommen maast ja von jetzt wem oder wie auch immer eben dann match da das dann nicht ewig noch warum menschen muss und das ist auch alles dann super glatt läuft im upload ja okay so viel soweit so gut ist man jetzt mal ja okay also ich habe mich hier verklickt gehabt so jetzt haben wir hier im neben ich habe hier mehr bildschirme und diese hier wird aufgezeichnet das ist perfekt ja ich hole jetzt nicht daten aus unserem kurs system raus und besetzt hier noch mal ein extra system eben auch zur übung aber auf wir sind diese also anzahl der mitarbeiter sind wir dazu beschriftet oder so beschäftigt das passt perfekt orga bezogene infos obligatorisch oder nicht auch obligatorisch könnte jetzt hier noch machen ja das ist obligatorisch weil ich möchte wissen ich möchte hier einen team mal daumen wert natürlich weiß ich nicht hundertprozentig aber der sagt einiges aus noch mal ganz kurz zur erklärung warum ist es für uns in der branche so wichtig weil viele letztendlich umsatz ist eine wichtige kenngröße aber in kombination mit mitarbeiter noch wichtiger weil du musst du mal so vorstellen du hast letztendlich eine software ja und die lizenzierst du per user jetzt kannst du mit den daten die du vorliegen hast zum beispiel branche ja dann weißt du ungefähr ok da gibt es tendenziell so und so viele leute die in der produktion und so weiter mit der kennzahl umsatz und mit der kennzahl mitarbeit anzahlen mitarbeiter ungefähr abschätzen wie viele user dort theoretisch die software verkaufen oder platzieren willst implementieren willst vorhanden sein können na du kannst diese kinderzahl user dann immer noch in der krise sprechen abfragen die je nachdem wie gut du bist in der krise wird die frage dann beantwortet oder nicht aber du hast ja schon vorweg aufgrund dieser kennzahl schätzt werden kannst du dir auch sozusagen äste mitmachen ja und da eben schon mal priorisieren ja also wenn jetzt eine firma nur paar mitarbeiter hat und du hast halt irgendwie in der produktion nur 100 mitarbeiter hat dass du hast klar logisch kannst du letztendlich nicht so viele user verkaufen wenn du eine produktion hat mit 10.000 mitarbeiter und das ist sozusagen der hintergrund und damit lässt sich sehr gut arbeiten sonst machen wir sie genauso wieder ja also hier nochmal der feldtyp brauchen nichts anderes als das meiste ist text ja das hier ist alles super telefon und so weiter das hat dann mit das ist alles wenn du ganz am anfang stehst machte da nicht so viele gedanken drum ist alles ein bisschen fortgeschritten so text das passt erst mal dann kommen super arbeiten text ist auch ein sehr neutrales text feldtyp ja dem kann man sehr viel arbeiten dann auch später sortieren und so weiter statistiken erstellen ich sage jetzt einfach mal gehört zur organisation dazu ich will letztendlich dass auch hier immer ja ist jetzt kein großes ding erforderlich ja es ist wichtig für mich ist wichtig abgrund der faktoren die ich jetzt gerade ausführlich erklärt habe ja hinzufügen so sie ist jetzt hier zum beispiel jetzt habe ich das irgendwie in der reinfolge eventuell gemacht die ich gar nicht so haben wollte dann kannst du hier einfach sagen okay ich ziehe das halt irgendwie nach oben das geht jetzt nicht einmal kurz die arbeiten neu ordnen und dann hast du hier diese übersicht man kann sagen okay ja ich will hier irgendwie das wikipedia das will ich runterziehen zwar wichtig aber ich kann nicht ganz oben haben und wer zu wem ist zwar auch wichtig aber ich irgendwie das vorlässt das ding da seid irgendwie die quellenangabe aber es ist nicht so super wichtig ist auch zack runter damit so und webseite finde ich cool weil da muss ich immer drauf schauen bisschen recherche machen bevor ich da den tag mal telefonieren oder sowas ist mir super richtig ein bisschen rote muss ich immer so weit runter scrollen branche ja das vielleicht sogar das erste was ich irgendwie wissen will das sehr häufig branchenbezogen akquise machen für software hersteller für die leads machen wo wir dann sozusagen ja wenn ich hier die falsche branche steht dann stimmt irgendwas nicht die erste informationen die wir mal checken vielleicht ja und dann kann man das halt so rauf und runterziehen wie sie gerade lustig ist wie sie dann passt ja also die umsatz die mitarbeiteranzahl das sind schon sehr sehr wichtige sachen immer für uns ja so die ordnung passt dann mache ich das hier im speichern und bang passt so jetzt noch eine kleinigkeit ein kleiner geheimtipp für all diejenigen von euch die hubspot nutzen bzw parallel nutzen oder jetzt schon wissen dass sie irgendwann mal auf habsburg umsteigen wollen würden oder ein ähnliches system das domain basiert arbeitet die habsburg was bedeutet das naja ich werde euch mal ganz kurz versuchen zu erklären ich habe auch damals gebraucht bis das system verstanden aber es macht durchaus sinn es ist nur ein bisschen sagen mal erschränkt jemanden erschränkt dich schon sehr ein in der art und weise wie die daten hochladen kannst in habsburg ja und ganz besonders in der karte krise und so weiter oder wenn du als lead gen agentur aber das oder 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 dann ist es letztendlich schon sagen wir mal sehr starke limitierung wenn so ein wenn du so mit zum hoop tool arbeiten muss dann kunde von dir mit zum tool arbeitet das quasi in der reinen domain basiert arbeitet das bedeutet ich versuche es mal in einer minute zu erklären domain das bedeutet dass letztendlich es gibt ja da draußen haufen ob ein haufen möglichkeiten wie du bei dem system duplikate erzeugt im b2b business warum weil es eben viele firmen gibt die unterschiedlich geschrieben werden mit verschiedenen datenbanken unterschiedlich vorrätig sind unterschiedliche namen die werden teilweise auch ständig irgendwie umgeändert aufgekauft verschmolzen also es gab nicht so viele konsolidierung übernahmen so weiter wie letzten drei bis vier jahren und dann werden die namen teilweise verändert sie werden teilweise von der gmbh zu ag oder was da kuckuck alles und selbst wenn die sich der name nicht verändert hat also selbst wenn du zum beispiel mit linkedin mal drauf schaust wie viele arbeitnehmer sich dort irgendwo dann die profil machen und unterschiedlichste schreibweisen haben bei größeren firmen einmal steht holding dort einmal steht gmbh dort was weiß ich noch einmal steht gegen ja coca key und und grub man steht gut dort und so weiter und so ein system den crm und so weiter ist ja stroh doof weiß nicht dass zum beispiel ich nehme jetzt mal irgendein beispiel dass eine vielmann ag die gleiche firma ist wie eine vielmann grub ja letztendlich unterm strech ist nicht wirklich das gleiche weil eventuell dort andere strukturen sind und in der gruppe hast du wieder andere typen sitzen von entscheidern wie der ag und so weiter also das sind dann schon sehr feine sachen auch du auch berücksichtigen mussten acquies aber grundsätzlich mal wenn dein crm unterschiedliche id's unique identifiers anlegt für eine vielmann ag und eine vielmann grub dann sind das letztendlich zwei unterschiedliche firmen aus der sicht eines crms in wirklichkeit sind es aber die gleichen firmen jetzt ist es natürlich die frage okay wie gehe ich damit um und habsport sagt sicherheit okay wir machen das ganze über domain basiert wir checken also wir erlauben dir nicht irgendeine organisation oder irgendeine firma oder irgendeinen kontaten satz bei uns anzulegen ohne dass du deren domain bei uns hinterlegt das ist sozusagen der unique identifiers ganze domain und die domain ist letztendlich ja die webseite ja das meinen die wir tatsächlich mit der domain also sagen wir mal hier jetzt hat nur als beispiel vielmann de werden die domain und dies dann als unique identifier wenn es eine vielmann.com gibt ja und das ist so funktioniert hat dann habsport also wenn du dazu fragen hast kannst sich gerne bei uns mal melden weil es ist schon muss man schon ein bisschen nachdenken wie ist da die logik selbst als artikel ist ja manchmal bei manchen systemen die logik ist schon etwas umständlich dass man erst mal checken muss okay weil wie wollen sie denn jetzt gerne ja also wie ist es denn jetzt also kommt bei den domain deswegen habe ich das hier vorläufig macht es auch mal rein für den fall dass irgendwann mal auf hubspot umgesiedelt werden soll dann haben wir die info da auf jeden schon mal drinnen machen wir es obligatorisch in dem fall wir zeigen es an der organisationsebene kontakt brauchen wir nicht die brauchen wir auch nicht es ist erforderlich nein ja weil ansonsten wird das ganze zu heftig ja wenn wir jetzt bei jedem die die domain raus probeln müssen dann jedes mal also oder ich könnte ich weiß nicht was sagt ihr soll ist das pflichtfeld machen also ich will es nicht zu sehr auf stark auf das ganze ja deswegen war jetzt einfach mal nicht ja wir haben ja die webseite schon als pflicht die könnte man theoretisch dafür auch okay ja dann haben wir jetzt hier noch so sachen die quelle ja das ist obligatorisch ein jahr hätte ich schon ganz gerne ich möchte schon ganz gern wissen aber nur hier und nicht erfolgreich als qualitätsregel ich würde schon ganz gerne wissen wo es herkommt der kontakt naja doch noch mal okay aber wir haben gleich noch was anderes und das ist nämlich der quelle zusatz und das sind wir da mal nicht so streng das ist ganz nicht zu sehr aufblasen das nennen wir die quelle zusatz da sind dann noch zusätzliche information zur quelle ich weiß wir sind da sehr genau und was aber es kann sich lohnen durch aus das mal jetzt hier mal eben ja hier obligatorisch aber hier das und hier nicht erforderlich das ist der unterschied so jetzt schon ganz schön weit hier für die james auf gmbh für diesen use case das sehr ganz frisch von neu aufzusetzen ich kann ich ja mal ganz kurz hier rein checken lassen was wir da dass wir mir an die 91 pflichtfelder angelegt für unterschiedlichste kampagnen und so weiter in unserem kurs system das ersparen wir uns hier ja ich kann ja mal ganz kurz rüber ziehen dass ich schade jetzt nichts und hängt sich schon fast auf dann lass mal sehen man sieht es ja ja sind schon fast bei 90 prozent aller benutzerdefinierten dinge haben sie dann upgraden alle möglichen ihr felder als kurz mal gezeigt das müssen wir jetzt quasi auch verschlanken etwas ja das ist auch jetzt sozusagen ein zweck der übung was ich noch ganz gerne rein nehmen würde auf der organisation organisationsebene ist das feld er die lösung einsatz das ist auch obligatorisch weil auch auf der basis des systems welches wir fragen oder schon wissen kann man ganz ganz viel ableiten in der neukundengewendung für ganz ganz viele use cases und szenarien sei es jetzt eine individuellen software entwicklung das durch schnittstellen oder er uns programmiert die zum beispiel spezifisch sind auf sap pro alpha und wie sie alle heißen die systeme oder du bist letztendlich einer dieser hersteller dann können wir da eben ganz gezielte akquise machen ja wenn wir wissen okay die haben sap pro alpha die haben adobe die haben shopware und die haben wie heißt das andere site core ja oder die haben im core oder was auch immer für ein tool und deswegen machen wir das ja auch autorisch auch hinzufügen das wird man wissen okay die geist die haben es auch hier und so weiter das ist ganz ganz wichtig aber man ja auch überall rein und ist auch erforderlich weil also ja erforderlich nicht weil wir können es manchmal nicht wissen ja wenn was haben die info ist gut aber wir können es machen einfach nicht erfragen und nicht wissen weil er die system ganz auch von außen nicht rein gucken das geht nur über die telefonakquise wir haben hunderte von firmen wo wir wissen welches system wir haben also wahrscheinlich tausende würde ich mal eher sagen allein irgendwie knapp 2000 firmen haben wir in der datenbank nutzen die haben sap im einsatz das erleichtert schon vieles aber nicht jede firma müssen das eben nicht unbedingt ja aber bei vielen deswegen nicht erforderlich weil ansonsten ja es ist schon wichtig wir wollen doch trotzdem wir wollen schon wichtig wir wollen schon wissen wir wollen doch schon wissen ja was kann die system wir wollen jetzt nicht alle möglichen systeme des unternehmens wissen aber das ihr system wie gesagt sehr ist es ist das rückgrat eines jeden unternehmens und ausschlaggebend für viele dinge und von daher möchte ich jetzt das video auch mal die enden welche wird sind call und dann mache ich aber weitere videos thema bei bleibt sehr ich freue mich auf euch bis bald ciao